Hast du auch Probleme, dass deiner manchmal ausläuft? Äh, bitte was? Dein TFA Ja, ich hab manchmal Probleme Wenn ich schon ein bisschen zu sehr gerummelt hab, hab ich schon aus Ich geh am besten wieder Ja, mach's gut, tschüss Nee Kommt in den Raum rein und sagt Patrick, hast du manchmal schon das Problem, dass deiner ein bisschen ausläuft? Na, das hab ich schon, aber Das ist nervig Ja So, Risiko Wirst du die andere Seite auch noch aufmachen? Ja, mach mal, bitte Da kam der Tod von oben Der Tod von oben, sag ich Schade, damit wird's schon mal kein Ace mehr Piss dich hier, geh rüber Oder so Kommt einer, hier ist einer, hier ist einer Schade mal aufgang Nice Wo? Schön abgelenkt Ich hab's doch mal gekeilt Ja, ja, alles gut, ich hab's ja Bin auf Akro jetzt gerade Ja Aber jetzt sind bitte kein Klairs, nimm was sinnvolles wie Touchdown oder sowas, bitte Lass mir erst mal wünschen, mal Ace will rank it Ja, was sinnvolles Was? 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 Wieso? Ja, weil Ich kenn die Map hier nicht Ich kenn die Map hier nicht Ich komm hier hintereinander Ah Kannst du immer dich so vulgär ausdrücken, Adder Es ist... Ja, und der ist auch gleich tot Sehr schön Ja, latsch nach und dann Müsst du da hingucken Aber es sind nur noch drei Krieg da hin, ist Platin Da Da Weiter schießen Links Ja, der andere ist in der Falle Der andere ist in der Falle? Oh ja Nee Nee, ist doch nicht, da Boah Ja Ja, jetzt ist er in der Falle Sieg Hopper hat's gerissen Unfassbar Ja Ja, das ist echt unfassbar Das ist echt unfassbar